In diesem Video zeigen wir, wie der Ablauf einer Keyword-Analyse für ein effizientes Suchmaschinen-Marketing aussehen kann. Das Ziel der Keyword-Analyse ist es, eine Liste mit Suchbegriffen zu erstellen, die die Suchanfragen von potenziellen Nutzern antizipieren. Diese Suchbegriffe werden dann in der Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung verwendet, um eine optimale Verbindung zwischen Suchanfrage und Angebot herzustellen. Zunächst werden dazu Keywords gesammelt und anschließend gruppiert. Danach werden die Keywords gegeneinander abgewogen und ihnen eine Priorität zugewiesen. Diese werden dann bereinigt, sodass nur die nützlichsten Keywords übrig bleiben. Schließlich werden daraus mögliche Variationen ermittelt, aus denen dann Keyword-Phrasen erzeugt werden. Sehen wir uns das etwas genauer an. Zu Beginn werden alle Keywords gesammelt, die für das Unternehmen bzw. ein Produkt oder eine Dienstleistung relevant sein können. Ein erster Schritt dazu kann ein unternehmensinternes Brainstorming sein. Dabei ist es sinnvoll, Mitarbeiter einzubeziehen, die besonders viel Kundenkontakt haben, da diese entsprechend mit den Wünschen und Anliegen der Kunden vertraut sind. Außerhalb des Unternehmens können Keywords durch Kundenbefragungen ermittelt werden, sowie durch die Keywords von Mitbewerbern, die diese häufig im Keyword Metatag ihrer Website angeben. Außerdem können die Suchgewohnheiten der Nutzer ihrer Website analysiert werden, zum Beispiel mit Google Analytics oder internen Webprotokollen, um festzustellen, wie die Nutzer zu und auf ihrer Seite navigieren. Letztlich können Sie verwandte und ähnliche Begriffe ermitteln. Es gibt hierzu sehr viele, auch kostenfreie Tools zur Keyword-Recherche im Web, die Ihnen in größerem Umfang sinnverwandte Ergänzungen zu Ihren Keywords liefern können. Auch Nischenbegriffe und scheinbar abwegige Keywords lohnen sich in die Sammlung aufzunehmen, da diese Suchbegriffe aufdecken können, die eine geringe Wettbewerbsdichte haben. Diese Suchbegriffe sind sehr spezifisch und werden nur von wenigen Mitbewerbern verwendet. Sie passen damit genauer auf Ihr Angebot und können zu einer höheren Conversion-Rate bei geringeren Kosten pro Klick führen. Der nächste Schritt ist die Gruppierung der Keywords. Diese ordnen Sie dabei verschiedenen Themen Ihrer Unternehmenswebsite zu. Dies hilft Ihnen, SEO-Maßnahmen gezielt auf bestimmte Seiten anzuwenden oder eine Google-Ads-Kampagne für spezifische Landingpages einzurichten. Es sollten dabei unterschiedliche Kategorien gebildet werden, damit Produktbegriffe, Ortsangaben und weitere Gruppen gesondert voneinander gesammelt und später zu Suchphrasen zusammengeführt werden können, sogenannte Longtail-Keywords. Nach der Gruppierung sollten die Keywords je nach ihrer Relevanz priorisiert werden. Wichtige Indikatoren dafür sind das monatliche Suchvolumen sowie die vorgeschlagenen Kosten pro Klick. Auch hier können Ihnen Keyword-Recherche-Tools dabei helfen, diese Werte zu ermitteln. Beachten Sie, dass das Suchvolumen besonders im Tourismus saisonal und regional schwanken kann. Die Kosten pro Klick geben Ihnen einen Hinweis auf das wirtschaftliche Potenzial eines Keywords bzw. einer Keyword-Kombination. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Keywords Ihr Angebot möglichst gut beschreiben, damit die Verbindung zwischen Suchbegriff und Angebot auch akkurat und sinnvoll ist. Nun wird es Zeit, die Sammlung zu bereinigen und Keywords auszusortieren. Hierbei gilt es, kurze und prägnante Listen zu erstellen, die genau auf die Zielgruppe angepasst sind. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer hohen Conversion-Rate bei geringerem monetärem Aufwand. Bei einem SEO-Projekt sollten Sie sich ohnehin auf wenige Begriffe Ihrer Unterseite beschränken, um einen klaren Fokus bei den Keywords zu setzen und gleichzeitig einen gut lesbaren Sprachstil zu bewahren. Sie sollten in diesem Schritt außerdem hinterfragen, ob Ihre Keywords doppeldeutig sein können, um Verwechslung zu vermeiden. Nachdem Sie nun die Keywords reduziert haben, gilt es, diese zu variieren. Hier geht es darum, möglichst viele gängige Variationen zu finden, in denen Ihre Keywords in einer Suchanfrage vorkommen könnten. Dies sind zum Beispiel Einzahl und Mehrzahl, zusammen- und auseinandergeschriebene Wörter, aber auch Tipp- und Rechtschreibfehler sollten nicht außer Acht gelassen werden. Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Nutzer und berücksichtigen Sie eventuelle sprachliche Besonderheiten Ihrer Zielgruppe, zum Beispiel in bestimmten Altersgruppen oder Regionen. Nun, da Sie kurze und thematisch geordnete Listen von relevanten Keywords und deren Variationen haben, liegt der letzte Schritt darin, aus diesen Listen Suchphrasen zu formulieren. Das Ziel dabei ist die Ermittlung von Mehrwortkombinationen, die genau auf das Angebot zugeschnitten sind. Dies hat im Rahmen von SEO-Maßnahmen den Vorteil, dass die Konkurrenz bei solchen Long-Tail-Keywords deutlich geringer ist und ist insbesondere für klein- und mittelständische Tourismusunternehmen mit begrenztem Werbebudget wichtig. Denn da die Top-Keywords für diese kaum bezahlbar sind, beziehungsweise eine Platzierung einer kleinen Seite für einen sehr prominenten Suchbegriff wie beispielsweise Urlaub in Deutschland aufgrund der hohen Konkurrenz nicht aussichtsreich ist, können spezifische Suchfragen eine hohe Sichtbarkeit für spezifische Angebote schaffen. Bedenken Sie bei der Keyword-Analyse stets, dass die Keywords sowohl für die Suchmaschinenwerbung als auch für die Suchmaschinenoptimierung genutzt werden können. Während sich bei der Suchmaschinenoptimierung die Keywords erst im Suchmaschinenranking etablieren müssen, ist die Suchmaschinenwerbung sehr flexibel und kann daher auch kurzfristig geplant werden. Unabhängig davon ist die Keyword-Analyse eine wichtige und strategische Vorarbeit, die daher gründlich und professionell durchgeführt werden sollte.